So, ich habe es dann mal so eingestellt, dass momentan nur Abonnenten schreiben können, weil hier halt anscheinend schon wieder ein Haufen Idioten unterwegs sind. Ich werde gerade mal kurz eben ein paar Typen hier rauskicken. So. Mal sehen. Das sollte für den Anfang genügen. Whispern ist aus. So, ich mache mal ein wenig an Slow an, damit ich auch ein bisschen hinterher komme. Gut, jetzt müsste wieder jeder schreiben können. Jo, das sollte also hinhauen. Gut, ich werde mich kurz mal... Verdammt. Ich werde kurz mal mich hier drüber ziehen, damit nicht gleich jeder sieht, wo ich hingehe. So. 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 Ich denke, das sollte hinhauen. Gut. Hilfe. Alles gleich. So. Gut. Dann wollen wir doch mal schauen. Ich gehe mal in welchem Server ich bin, der wird mittlerweile auch bekannt sein. Vor allem, weil es vielleicht sogar noch steht. Oder auch nicht. Äh. Ja. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt genau mache. Ich habe mir jetzt einfach überlegt, einfach mal ein bisschen zu streamen. Einfach mal ein bisschen Minecraft zu zocken. Ich bin jetzt mal auf einem anderen Ding. Ja. So. Ich bin mal anlegt. Gut. Dann, äh, hoffe ich, dass es nicht zu sehr laggt wie die Sau. Aber das ist wahrscheinlich nur ein Wunschtraum. Außerdem habt ihr einen Ultraslow drinnen, sehe ich gerade. Ich bin ein bisschen groß im Bild. Kein Thema. Ich wollte jetzt sowieso mich noch mal ändern. Gut. Ich setze mich mal da hin. So in etwa. Gut. Das sollte reichen. Gut. Ihr habt allerdings einen ganz schön verzögerten Ding, sehe ich gerade. Was ich mache, seht ihr alle erst etwa zehn Minuten später. Ja. Gut. Dann sollten wir jetzt eigentlich hier gut unterwegs sein können. Und, äh, ja. Mal schauen. Mal schauen. Ich habe überlegt, ob ich eine kleine Runde Badwars zock. Ich hoffe, dass Stream lag jetzt nicht zu sehr gerade. Äh, das ist im Prinzip auch bloß gerade ein Ausprobieren. Ich habe eben leider keine extrem brutale Internetleitung. Es ist halt leider so. So. Hier hätten wir vier auf vier. Und hier hätten wir acht auf eins. Hm. Könnte ich überall reingehen, weil ich ja Premium habe. Ja. Meine Statistik sieht mega geil aus. Und, ähm, hm. Da bin ich jetzt am überlegen gerade. Wo ich als nicht das hin will. Und da mich hier ein paar Typen gerade schon wieder verfolgen, gehen wir erstmal in eine andere Lobby. So. Ich habe nämlich auf bestimmte Menschen hier keinen Bock. Und dadurch, dass ich darauf keinen Bock habe, gehe ich einfach mal da rein. So. So. Gut. Damit bin ich genickt. Und, äh, ja. Ich habe meine Ruhe. Wir können auch einfach mal die Runde starten. Und, äh, einfach mal eine Runde zocken. So. Ja. Äh, äh. Was genau ist das jetzt? Äh, naja. Zunächst einmal haben wir hier Bad Wars. Äh, Quatsch. Bad Wars. Zunächst einmal ist das jetzt die Runde Jump Down. Jetzt im Prinzip geht es dann darum, nach Möglichkeit nach unten zu kommen, ohne drauf zu gehen. Wenn es denn in irgendeiner Weise hinhaut. Und, äh, gleichzeitig muss man halt versuchen, als erster unten zu sein. Ich persönlich mache das zur Zeit, um meine Jump Skills ein bisschen zu verbessern. Wobei ich sagen muss, dass ich eigentlich so gut wie gar nicht springe. Im Normalfall. Hilfe. Oh, da war sogar noch ein Block. Cool. Ja. Oh, Hilfe. Okay. So. Weil, äh, wenn man springt, hat man meistens noch das Problem, dass man zusätzlich zu einem ganz schönen Schaden kommt. Und, ah, deswegen muss man dann mal ein bisschen gucken. Äh, eigentlich ist das eher Fall Down. Nach meiner Meinung als Jump Down, aber okay. Ah, da ist schon jemand, hat schon jemand gewonnen. Verdammter Mist. Nein, ich bin nicht erster. Schnief. Na gut. Macht aber nichts. So, jetzt sind wir ganz unten. Äh, das ist sowieso meine gehasstetste Map davon. Äh, die mag ich überhaupt nicht. Aber, hey, das tut nichts zur Sache. Wir können auch woanders runter. So. Äh, die erste Runde ist sowieso noch nicht aussagekräftig genug. Hilfe. Autsch. Das tat weh. Ähm, die erste Map ist ohnehin nicht aussagekräftig genug. Die, äh, zweite oder dritte dagegen ist dann schon ein bisschen was anderes. Und, äh, deswegen. Ach, sehr schön. Deswegen muss man da immer, ähm, muss man sich da nicht gleichen Ast ärgern, wenn man da die erste Runde gleich verkackt. Uah. So. Und. Jupp. Und. Und. Ups. Uah. Nein, ich war so weit unten. Ich war so weit unten, das ist doch nicht dein Ernst. Ach verdammter Mist. Ich hätte so schön eventuell noch gewonnen. Ich war so weit unten, ich hab's fast geschafft gehabt. Nein. Na gut. GG. Und noch eine Runde. Es gehen ja immer auf drei Runden. Und. Leute, ich mach mal kurz den, äh, ich mach mal kurz den, äh, 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 den Abonnenten-Chat an. Und, sorry, aber das ist mir zu krank. Wenn ich keinen Moderator dabei hab, dann ist mir das zu krass und ich möchte das nicht. Dass dann hier tausende Leute rumspammen. Das gefällt mir nicht, das gefällt euch nicht und dann lassen wir das einfach. So. Ist halt blöd für die Leute, die jetzt Seller dann, äh, ich hab gar keine Kopfhörer aufmerke ich gerade. Äh, ist halt blöd für die Leute, die jetzt Seller hier eigentlich dabei sind, um auch was schreiben zu können, aber es geht halt leider nicht anders. Manchmal muss man eben in den sauren Apfel beißen. Das Kind ist schon in den Kessel gefallen. Wie man so schön bei Harry Potter sagt. So. Schwupps. Äh, ich bin heute sogar wesentlich besser als sonst. Fällt mir gerade so auf. Hilfe. Autsch. Äh, denn normalerweise wäre ich jetzt schon mindestens einmal gestorben überall. Ja. Geworden habe ich zwar jetzt trotzdem nicht, aber ich bin dennoch weit gekommen. So. Ich annicke mich da immer. So. Und jetzt nicke ich mich mal schnell wieder, bevor ich rausfliege. Weil, muss keiner wissen. So. Wer ich bin. Wo ich. Wie ich heiße. Wo ich herkomme. Blablabla. Ja. Äh. Ich überlege jetzt gerne eine Runde Get Down. Bitte. Verzeihung. Eine Runde Get Down oder eine Runde Jump Down zu spielen. Ähm. Das ist jetzt momentan noch ein wenig so meine Überlegung. Was ich davon. Äh. Quatsch. Get Down, Jump Down habe ich gar nichts. Spiel dich im Idiot. Ähm. Ich überlege jetzt gerade, ob ich nicht eine Runde Dings spiele. Eine Runde Minecraft. Ich bin zu gerade am Handy aus. Ja. Die Qualität ist jetzt so schlecht. Dann brauchst du ja nicht zuzugucken. Äh. Weil jetzt hier gerade jemand schreibt keinen Ton. Habt ihr überhaupt nen Ton? Das tut das jetzt blöd, weil ihr könnt das gar nicht machen, ne? Ja. Ich lecke. Ja. Ich lecke immer. Weil ich hab keine so mega Bomben Internet Leitung halt. Leider. Ich könnte in die Runde reingehen. Ich überlege jetzt allein, was ich jetzt mache. Ich könnte eine Runde Survival Games machen. Ich könnte eine Runde Get Down spielen. Ja. Das ist jetzt halt die Frage, ne? Ich könnte... Jump Down hab ich gerade gespielt. Get Down hab ich eigentlich keine Lust drauf. Wir könnten eine Runde Hunger Games machen. Also Survival Games. Hunger Games ist ja wieder was anders, glaub ich. Ach. Sind hier überhaupt genug Leute? Da wären genug drinnen. Hm. Ich bin ein Survival Games halt mega schlecht. Ja. 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 Das ist jetzt die Frage. Ja. 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 eine Ausdauer, wenn ich Dartmouthß hab nicht viel nehmen möchte. Ja. Meine Verbindung ist heute mega schlecht. Na gut. Ich mach mal kurz den Chat wieder an. Bring dich um, Alter, könnt ihr echter mal aufhören, so einen Kindergarten zu schreiben? So. Leute, ich sag euch, so einen Kindergarten hat echt niemand außer mir. Spiel doch mal Minecraft, ich spiel die ganze Zeit kein Minecraft, falls das nicht hieß, ey. Mach mal die Augen auf. Okay, so hat es natürlich keinen Sinn. Gut, wenn jemand in den Chat schreiben will, muss er abonnieren. Ich hab jetzt da keinen Bock drauf, mir so einen Scheiß zu machen. Boah, Alter. Wenn sie die Leute immer auf mich drauf stellen, das mag ich überhaupt nicht. Hm, tausende Leute hier. Ich mein, gut um die Uhrzeit eigentlich normal, ne? Wobei, wie spät ist es überhaupt? Das ist eine gute Frage. Bologar ist da, Servus. Ähm, nom 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 nom. Ich glaube, ich geh in eine Runde Badwars. So. So. Slash Nick. Ich bin, ich bin, Lila. Ja. Ich bin nicht genickt. Wieso bin ich nicht genickt? Hm. Na ju, dann bin ich geschrieben nicht genickt, ne? Ja. Ja gut. Ähm. Ich bin ja auf Rebens als Server, äh, YouTuber. Also ich habe ja da den Rang YouTuber. Und da habe ich einen kleinen Vorteil. Und zwar, wenn ich in eine Runde reingehe, die voll ist, habe ich immer den Vorteil, dass mir jeder andere einfach auf den Sack, äh, einfach die, dass mir jeder andere einfach die Goschen halten kann. Weil, äh, naja, es bringt halt einfach nichts. Ähm, weil ich halt einfach derjenige bin, der, weil ich halt einfach hergehen kann und sagen kann, okay, ist in Ordnung, ich mache jetzt einfach mal, ach, verdammt. Ich kann einfach mal sagen, okay, ist mir egal, ich mache jetzt einfach mal einen auf dicke Hose und dicke Max und, äh, ist mir egal. Ups, das wollte ich nicht, ich wollte es wegwerfen, so. Achja, ich bräuchte noch, jetzt habe ich keine Dinger mehr. So, ich brauche mir noch zumindest einen kleinen Schlagstock. Gut. Da hat sich wohl jemand ein bisschen verkalkuliert. So. Nein! Ups, okay, da habe ich mich wohl verkalkuliert, dass ich den Typen jetzt nicht lang runterhauen muss. Stirb, du Sau, stirb, du Sau, stirb, du Sau, stirb, du Sau. Nein, 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 nein. Alter, wie ich lecke, wie ich lecke, wie ich lecke, wie ich gerade lecke. Das ist nicht dein Ernst. Stirb, du Sau. Nein! Alter. Ich hole mir jetzt ein... Ach ne, ich bin noch am Leben, okay. Okay, 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 Rainer. Okay, ich habe zwar kein Bett mehr, aber das ist eigentlich umso besser, weil auf die Art und Weise brauche ich nichts mehr beschützen. Und, äh, ich kann jetzt einfach quasi zu ihm rüber. Und einfach mal ihn versuchen zu killen. Stirb, ah, stirb, Fallrunde. Ach, Mist. Ah, Wichser, Alter. Ich hasse es, wenn mich Leute gleich in der ersten Runde killen. Mir auch immer. Ähm... Lobby? Ja, perfekt. Ich sag euch, ich hasse es. Na gut. Na gut. Hätten wir auch eine Runde, äh, Ding gesehen. Eine kleine Runde Ding, von dem ich nicht mehr weiß, wie es heißt. Bad Wars. So. Boah, wie das leckt. Warum leckt denn das so? Schnief. Stimmt. So. Äh, ich überlege jetzt gerade, ob ich eine kleine Runde Hunger-Games mache. Vielleicht überlebe ich in der mal zwei Sekunden länger. Also, äh, Survival-Games. Ich sag ja immer Hunger-Games. Survival-Games meine ich natürlich. Gibt hier die verschiedensten Maps, glaube ich, sollen das sein? Ach, das sind die Team-Maps hier. Team-Maps? Okay. Woah, pfff... Da bin ich ein bisschen zu weit gesprungen. Mhhm... So, das sind auch Team. Achso, Team ist erlaubt. Team verboten. Achso, ich verstehe. Das Team ist verboten, das Team ist erlaubt. Ich gehe mal, ich gehe mal, ich gehe mal da rein. So. Eine kleine Runde. Wie gesagt, Leute, wenn ihr chatten wollt, ich habe das so eingestellt, dass momentan, weil ich keine Moderatoren momentan habe. Und ich leider auch niemandem einfach sagen kann, okay, nimm Moderator, weil halt immer nur Scheiße passiert. Habe ich halt einfach mal beschlossen. Ach verdammt, ich bin hier nicht genickt. Hoffentlich hat es jetzt keiner mitgekriegt. So. Ja. Drachenlord, Screen. Achso, der wollte ein Screen mit mir. Hm. Naja, gut. Das ist halt auch blöd, weil ich jetzt hier raus bin. Also, weil ich mich jetzt genickt habe. Jetzt sieht er mich natürlich nicht mehr. So. Hunger Games. Achso. Okay. Äh, bei den Hunger Games hier bin ich halt noch gar nirgends gewesen bisher. Und da muss ich jetzt erstmal gucken. Ja, jetzt werden wahrscheinlich alle auf mich losgehen. Ich werde mich aber direkt mal verkrümeln. Äh, denn, äh, in Hunger Games geht es ja... Hilfe. In Hunger Games geht es ja darum... Äh... Hä? Wie habe ich das angestellt? In Hunger Games geht es ja da drum... Äh, sich ein bisschen was abzudingsnissen. Das geht nicht. Okay. Hm. Nein. Der will mich killen. Nein. 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 Nein, nein, nein. Du bleibst draußen. Ich hab nichts hier. Ach man. Das gibt's doch nicht. Ich finde hier keine Kisten. Okay. Ist natürlich blöd, wenn man die Map überhaupt nicht kennt. Aber hier sind ja so gut wie gar keine Kisten versteckt. Ähm. Es geht jetzt darum, dass ich Kisten finde. Und, äh, dann mit den Kisten... Äh, mir quasi aus der Kiste quasi Rüstung rausholen. Oder habe ich da jetzt irgendwas missverstanden? Hab da jetzt verwechselt zwei verschiedene Spielmodis? Gut. Äh. Äh, nein. Nein. War es so klar? War es so verdammt klar? Ja gut. Äh. Dann eben nicht. Wie gesagt, ich bin extrem schlecht darin. Ich hasse PvP. Okay. So. Äh, was machen wir als nächstes? Ich hab... Ich hab noch kein Revo gespielt. Äh. Aber Revo hab ich, muss ich ganz ehrlich sagen, auch eigentlich gar keine Lust. Äh, weil... Ja. Revo... Ach. Das Schaf war gerade vor mir. Ich hab mich gar nicht gewundert, warum er mir nicht hinterherläuft. Aber ich bin ja noch genickt. Ups. So, jetzt, Alter. Bin ich wieder an-nickt. Uh, volles Vieh. Ja. Ähm. Ja, gut. Ne? Was soll ich jetzt da groß machen? Ich bin... Ich hab... Was? Ich hab schon 21 Stunden spitzahlt. What the fuck? Uh. Na gut. Das ist alles nicht der Rede wert. Ich hoffe nur, es laggt nicht so brutal. Ich seh euch irgendwie immer... Na gut, ihr habt immer so ungefähr 5 Minuten Verzögerung. Hm. Aber eigentlich... Wisst ihr was? Scheiß drauf. Ich spiel ein paar Runden Jumpdown. Ich weiß auch noch gar nicht, wie lang ich noch streame. Also von daher... Äh. Äh. Ja gut. Ähm. Geh ich einfach mal in die da. So. Ja. Das Problem ist momentan, dass halt hier permanent... Äh. Dach mal, bist du YouTuber? Nein. Deswegen bin ich... Lila. Ach, Mann. So. Äh. Was ich aber festgestellt hab, sobald man hier irgendwie eine andere Farbe hat oder was, da hat man... Sobald man hier eine andere Farbe hat oder was, hat man halt immer gleich das Problem, dass man hier gleich von anderen irgendwie... ...Genervt wird. Nein. Boah. Boah. Das war zu knapp. Nein. Boah. Toll. Jetzt aber grad spiel ich ein bisschen aggressiver, weil ich mal ein paar Leute runterkicken will. was war das wieso okay ja weil ich muss ganz ehrlich sagen diese bunte welt hasse ich wie die peste ich weiß nicht warum die gefällt mir überhaupt nicht da ist mir jede andere welt lieber dagegen so die mario welt so bin ich auch mal gemeint zu anderen anwesend gemeint zu mir ist aber nicht gemeint zu dir ist ein teufelskreis na gut aber wenigstens man gekillt und tot und gewonnen hat so so mich nervt es immer ein bisschen dass ich den chat immer auf low level machen muss oder auf auf youtube weil seit schon blöd wenn man dann permanent nein es ist halt schon blöd wenn man das nur auf youtube oder nur abonnenten machen kann aber ja bei 100 leuten die hier drinnen sind oder tausende leuten hier drinnen sind und ständig und dann ist labern nein alter der hat aber voll auf mich abgesehen gehabt ach verdammt ich habe noch drei herzen der hat mit zwei herzen geschafft nicht schlecht nicht schlecht gg so ja und damit ist die runde auch schon wieder vorbei das geht echt verflucht schnell das ist ja noch zum aushalten ne ähm ja die frage soll ich noch eine runde jumpdown machen ich persönlich muss ganz ehrlich sagen ich zocke am liebsten wirklich jumpdown weil das dadurch hat wirklich keine ahnung mit mir gefällt jump dann eben einfach und das lag wie die sau oder ach man warum muss das so lecken er gehört mich brutal gerade prinzipiell könnte ich ein anderes spiel machen eines das mit ziemlicher wahrscheinlichkeit nicht lag aber schon wieder namensverarschungen hier warum müsst ihr eigentlich immer meinen namen verarschen eben ein ernsthaft mal habt ihr keinen eigenen namen müsst ihr meinen nehmen und mich damit auch noch verarschen wollen alter nicht auszuhalten nicht auszuhalten nicht auszuhalten nicht auszuhalten na gut leck das jetzt immer noch so bei euch mach mal den chat an so vielleicht wird es mal ein bisschen besser vielleicht lernen die leute sich mal zu benehmen habe keinen ton da macht eine lautstärke lauter hallo hey servus nicht auszuhalten nicht auszuhalten nicht auszuhalten würde das wäre das wäre das spiel was als nächstes play kommt aber das problem ist ich müsste dann nebenbei aufnehmen wenn ich das mache und ich weiß nicht ob das mein rechner so einfach packt da ich nur so einen scheiß rechner habe nicht auszuhalten so nachher hol uns noch näher du kannst auch nur beleidigen also was willst du Kindergarten da 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 ich überlege halt echt gerade was ich mache aber mein stream ist echt so schlecht ey so hm ich mag get down nicht ich mag get down echt nicht weil äh wenn ich das mache dann äh ja gut ich bin da halt mega schlecht drin und ähm ja das ist dann halt am ende ist das nochmal das gleiche wie jump down nur halt am ende nochmal eine runde pvp wenn er mir stellt der muss mir tierisch auf den sack gehen die ganze zeit der typ hat echt nichts anderes vor als mir tierisch auf den sack zu gehen vor allem er checkt das nicht wie ich heiße das ist halt das geile an meinem minecrafts an dem an dem youtuber rang ja 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 doch ok dann gehen wir doch einmal in eine andere lobby so er muss mir echt immer dass muss mich überall verfolgen und dann heißt es immer hinterher ich bin derjenige Okay, dann heißt es immer hinterher, ich bin der Böse von uns beiden. Ich bin derjenige, der ständig von irgendjemandem benachteiligt wird. Ich bin derjenige, der ständig von irgendeinem Typen auf den Sack bekommt. Ganz ernsthaft, der Typ ist krank. Der verfolgt mich überall, der verfolgt mich jetzt sogar schon in den Servern hier, wo ich ernsthaft sagen muss, was soll das? Ich meine, mal ehrlich, was soll dieser Kindergarten? Der verfolgt mich jetzt überall immerhin. Mache ich noch eine Runde Bad Wars, eigentlich will ich langsam sicher mal was essen. Ich habe nicht mal was gegessen heute. Ich habe echt gerade, ich bin gerade echt am überlegen. So, bei dem glaube ich es mir dann doch ein bisschen lieber. Ich bin echt am überlegen, gerade ob ich... Ja, ich werde ja auch niemand online mit dem ich jetzt zocken könnte. Also, ich meine ja jetzt bestimmte Leute. Ich bin falsch. Ich dachte, ich bin auf Jumpdown gelaufen. Jetzt glaube ich zur Survival Games. Ach ja, ich habe es seit kurzem übrigens Optifine drin. Yay! Ich kann schneller... Ich kann weiter gucken. So. So, andenke ich mich mal. Denn ich mache jetzt bloß noch eine Runde und die mache ich mit meinem Namen, mit meinem Namen, mit meinem Namen. Was hat... Da fuck? Hä? Ah, hä? Wie geht denn das? Ja gut. Da, ich meine, seht ihr, seht ihr wie penetrant der ist? Wenn ich mich irgendwo hinstelle, der stellt sich direkt wieder vor mich jedes Mal. Hm. Das ist echt schlimm, ey. So. Boah, ich will keinen Jumpdown machen. Ich habe keinen Bock auf Jumpdown. Ach ja, hier ist eine volle Galle Küche. Awesome. Wobei ich sagen muss, die Säulen werden mir ein klein wenig zu klein. Da, ich meine ernsthaft, was soll denn dieser Kindergartenalter? Und der Typ soll nicht krank sein? Der läuft mir ja auch bloß hinterher, ey. Armes Würstchen, ganz ehrlich. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die Kirche richtig geil gemacht. Sieht richtig geil aus. Wie geht's denn da hin? Ach, das sind bloß die Fenster, das sieht ja geil aus. Yay, voll versteckt. Ach, da komme ich jetzt noch nicht raus. Nun. So. Die Kirche sieht echt geil aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, die haben sich da echt Mühe gegeben, das Zeug mit Jump'n da rum. Das Zeug hier zu machen, finde ich halt richtig geil. Und das hier? Sind Puppen oder was? Voll krass. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefällt das Ultra. Das ist halt, ich weiß nicht. Rede ich gerade echt 10 Minuten über eine Kirche? So, äh, es reicht. Da ihr euch nicht benehmen könnt, ohne Scheiß, ne? Kein Bock mehr da drauf. So, lassen wir's. Gut, mach ich noch eine Runde. Hab schon gedacht, mich hat jemand gesehen. So, äh, jetzt machen wir noch eine Runde Jump'n. So. Ähm. Ich könnte mich natürlich... Ich schmeiß mich jetzt einfach da in die Runde. Ach, natürlich ist genau in der Runde jetzt der La... Ne, 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 ne. Das kannst du vergessen, mein Freund. Ach, ja. Das kann er mal... Das kann er mal ganz schnell vergessen, du Spinner. Ich geh jetzt nur in eine Runde, die voll ist. So, weil... Wenn ich reingehe, fliegt nämlich jemand raus. So. Wenn ich nämlich starte... Erzähler dürfte ja nicht dabei sein, genau. Wenn nämlich ich in der Lobby reingehe, dann fliegt er raus. Und ich hab nämlich keinen Bock, dass der Typ mich die ganze Zeit hier verfolgt. Und ihr habt's gesehen, ne. Ich bin jetzt gerade rausgegangen. Äh, ja. Das sind lauter Lucky-Blöcke, Alter. So. Ähm. Ihr habt's jetzt gerade selber mit eigenen Augen sehen können, ne. Wisst ihr was? Ich setze mich gerade... Na, okay. Ist egal. Äh. Ihr habt's gerade mit eigenen Augen sehen können. Ich bin extra in eine Lobby reingegangen, wo ich gewusst hab, dass die voll ist. Da war er drinnen. Dann bin ich absichtlich rausgegangen. Und was ist passiert? Nicht mal zwei Sekunden später steht er neben mir. Ganz ehrlich. Da bin ich echt froh, dass ich den YouTuber-Rang hier hab. Weil, äh, auf die Art und Weise hab ich echt meine Ruhe vor dem Typen. Das kann echt nicht euer Ernst sein, dass der mir jedes Mal hinterher schaunt. Und ich bin jetzt runtergekommen. Verdammt. Puh. Ärgerlich. Gut. Macht ja nichts. Huch. Schon wieder verloren. Nein. Ich stürz mich in den Tod. Ich sagte, ich stürz mich in den Tod. Nein. Naja, gut. Aber das ist eine coole Farbe hier. Gefällt mir. Jut. 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 Ich hab vor, eigentlich den hier runterzukicken. Weil man dadurch halt auch Ding bekommt. Ich bin eigentlich kein so ein Typ, der hier andere absichtlich runterkickt. Aber das passiert mir halt auch ab und zu mal. Und. Ach. Hä? Wo stehe ich jetzt? Ach. Ich stehe auf so einem Glas Ding. Okay. 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 Das war's. Verdammt. Verdammt. Schon wieder verloren. Nein. Ich schlief. Er landet ja immer. Er landet ja immer. Ey, auf Twitch. Ey, auf Hitbox. Verzeihung. Er landet ja auf Hitbox. Wir sind übrigens ein unges Survival Ding. Tut mir leid, aber nichts ist hier ungut, aber du musst leider sterben. Nein. Jetzt bin ich selber tot. Ich wollte ihn gerade sterben lassen, weil er den gleichen Skin hat. Was heißt, Skin ist das ja noch nicht normal. Es ist ja ein Witz, ne? Das ist noch nicht normal ein Skin. Ups. GG. So. Ähm. Good game. Good. Ja, ich wollte mich jetzt noch raushappen. Hat aber nicht hingehauen. So, und jetzt bin ich nämlich wieder ein, äh, genickter Mensch. Und Regenbogenschaft checkt nicht, wann ich an ihm vorbeilaufe. Das gefreut mich. Das gefreut mich vor allem. So. Damit wäre es jetzt vorbei. Äh, ich bedanke mich jetzt fürs Zuschauen. Ähm. Ich werde demnächst nochmal streamen auf Hitbox. Könnt ihr also wieder zuschauen. Und, ähm. Ja. An dieser Stelle werde ich jetzt den Part beenden. Ich danke euch fürs Zuschauen. Hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und wir sehen uns im Laufe der nächsten 10.000 Jahre irgendwann mal wieder. So. Ich bin raus. Und das war's. Gut. Danke fürs Zuschauen. Haut rein. Und wir sehen uns im nächsten Part. Oder im nächsten Video. Oder im nächsten Stream. Oder sowas. Ich muss heute noch eine Menge hochladen. Deswegen werde ich den Stream jetzt zu kurz halten. Aber auch deswegen. Weil ich ultra Hunger habe. Und heute noch nichts gegessen habe. Gut. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und wie gesagt. Ihr könnt demnächst mal gerne wieder mit dabei sein. Haut rein. Euer Drachenlord. Bis zum nächsten Mal. Tü-dü-lü. Oh mein Gott. So. Tschö. Tü-dü-lü. Tü-dü. Tü-dü.